Ich stehe hier gerade am Dokt Götger Pizza in der Box Backautomat und der backt mir gerade eine Pizza Thunfisch. Oh, sie riecht ja schon richtig nach Thunfisch. Drei, zwei, eins, null. Wo ist die Pizza? Oh, da kommt sie. Da ist die Pizza aus dem Automaten. Leider nicht geschnitten, deswegen muss ich sie mal aus der Hand probieren. Also ich finde sie richtig lecker. Hat ihr schon mal Pizza aus dem Automaten probiert? Schreibt mir das in die Kommentare.